Norddeutscher Rundfunk 2021 Melanie Moorbach, Pressesprecherin, Landespolizeipräsidium Saarland. Wir befinden uns derzeit hier in Sulzbach und im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt in Rheinland-Pfalz konnten wir in Zusammenarbeit mit den Kollegen aus Rheinland-Pfalz zwei Wohnobjekte und ein Fahrzeug im Bereich der Bahnhofstraße in Sulzbach lokalisieren. Wir hatten Hinweise darauf, dass der 38-jährige Tatverdächtige sich dort möglicherweise aufhält und das hat sich dann auch bestätigt. Der 38-jährige Tatverdächtige konnte von Spezialeinheiten Rheinland-Pfalz und Saarland widerstandslos im Bereich des Fahrzeuges festgenommen werden. Genau, also es laufen derzeit weitere polizeiliche Maßnahmen und im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen an den Objekten konnte ein zweiter möglicher Tatverdächtiger festgestellt und festgenommen werden. wo ist die Latzer-Wettstraße? Ne, ja, ja. Moment, fahr mal. Simon, wo bist du? Alter, park dein Auto und lauf ihn her.